Musik 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 Also ich habe es eigentlich gar nicht geglaubt. Ich habe die E-Mail gesehen, ich war bei einer Freundin zu Besuch, die gar nichts mit Fußball am Hut hat und habe mich dann extremst gefreut. Die musste mich irgendwie einfangen, weil ich durch die Wohnung gehopft bin. Ich bin schon immer blau-weiß, ich erinnere mich an keine Zeit ohne Stadionbesuch und da habe ich mich super gefreut. Also ich habe ja schon die lebenslange Mitgliedschaft bekommen. Einen Schal habe ich bekommen. Ich bin natürlich heute hier und darf live bei der Mannschaft dabei sein. Ich war auch schon gerade auf dem Foto, bin super gespannt, wie das wird. Ja, aber einfach mal so dabei zu sein, ist eigentlich schon ein volles Geschenk. Musik Also ich fühle mich heimisch durch die alte Haupttribüne. Das gibt mir so ein bisschen Sicherheit, weil wenn man sich einmal umdreht, es sieht so anders aus. Ich bin schon immer, wie gesagt, im Stadion und als alter A4-Fan, der jetzt ganz anders aussieht, finde ich es super, super cool. Also es hat lange gedauert, dass wir es gehabt haben und ich bin super stolz drauf, was wir da waren. Musik 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 Musik